Da muss man sich erst noch ein bisschen reinfuchsen. Der Bot hat halt ein Update und ihr wisst ja, wie das ist mit Update. Ich kümmere mich um die Wetten. So sieht's aus. Habe ich jetzt da gerade irgendwo ein Schwert gesehen im Chat? Ah, JustSheepBot hat mich nicht verlassen. Der beste Mensch ever. Bot. Okay, no problem. Also ich kümmere mich um die Wetten. Das funktioniert. Wir gehen jetzt in-game. Komm, lass jetzt. Chat habe ich da liegen. The final countdown. Oh, let's go, Leute. So, mein Bier ist schon total pisswarm, aber I don't give a fuck, man. Um ehrlich zu sein. So, auf euch. Ich hoffe, euch ist es gut ergangen in den letzten zwei Monaten. Und ihr habt's euch schön gegönnt. Und habt euch nicht irgendwie Scheiße geben lassen. Prösterchen auf euch, Jungs und Mädels. Prösterchen auf euch, Jungs und Mädels. Prösterchen auf euch, Jungs und Mädels. Verdammte Fitsscheiße! Verdammte Fitsscheiße! Verdammte Fitsscheiße! Ah, come on. Was soll denn dieser Mädchen kickt da jetzt, Mann? die steht einfach nur auf die kniescheiben okay da hat ein schlag gefehlt ja no problem das sollte okay jetzt was jetzt passiert ist bildschirm ist schwarz windows irgendwas aufgeploppt ist windows 7 farbschema im basis ändern meine mutter ändert sich gleich zur basis form zurück die wäde vorher auch nicht irgendwie single player spiel stream dafür fehlt mir einfach die zeit so online spiele die man nicht weiß ich nicht zwischendurch einfach zocken kann die sind perfekt für sowas dass solche angelegenheiten nicht ganz so viel zeit hat if you know what i mean was denn das für eine song request stimmen training ja okay alles klar wir haben es verstanden was ist denn jetzt schon wieder kaputt der hubschrauber fliegt noch aber die menschen sind tot die maschinen haben ganz offiziell gewonnen wetten seine mama hat das internet abgesteckt und er hat gesagt du hast jetzt auf mit diesen geilen nackten hentai schlampen zu boxen und schule gehalte arschkrampe no problem wir sind rechts natürlich sind wir rechts mann rechts vorangebot in deutschland ist nicht ohne grund natürlich kommt er laut natürlich kommt er laut wo ich wusste i knew it mann ok call me oracle aber ich werde jetzt gewinnen das ist für ne scheiße hier god dammit god dammit da nimmt er mich an der hand um mich zu finishen ich krieg hier okay ich bin ready wo sind wir überhaupt ich weiß nicht mal ich weiß nicht mal wo wir stehen geblieben sind man mache erst mal mache erst mal das pad weg ja okay cool okay wir machen erst mal escape statistik sonstige 86 prozent haben wir ist das bibi wenn das bibi ist wenn das bibi ist dann fliegt ja was man das ist bibi 100 pro ist das bibi man das war nicht so clever gegen die dämmplatten zu schmeißen man das ist einfach zurückgebutterfly hat gekommen die fernbedingung es war bloß die fernbedingung little bitch wie kann man mit sowas erfolg haben wisst ihr wie viel geld die mit dem scheiß scheffelt und jetzt läuft es auch noch in meinem stream not today man get the fuck out of here bitch okay so was machen wir was müssen wir eigentlich machen okay ich habe keine ahnung man wieso haben wir shorts an wieso haben wir wieso haben wir einen sakko an und shorts woi 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 was ist das bist du mit der oberen hälfte irgendwie auf eine hochzeit gegangen und mit der unteren hälfte ins fitnessstudio cj what the fuck hardcore mod testen ja let's fucking go wie machen wir das am blöd ich habe keine waffen wieso habe ich keine waffen ist das mein safe game ja das kann doch gar nicht sein mann knallt mich mal bitte ab ich will mal schauen wie viel wir aushalten der trifft ja nix der trifft nix dude mann der trifft nix die bullen haben mich jetzt getroffen könntest du auf mich schießen mann du hast doch ne waffe du Lackhaffe alter der trifft mich ja nicht ne das ist nicht hardcore mod man das ist nicht hardcore mod oder sind die schlagstöcke oder die nahkampfwaffen wurden die nicht bearbeitet von dem hardcore mod also kannst du mich treffen bitte schieß auf mich ja mach dein drive by oh come on jetzt do it ich glaub der hardcore mod ist aktiv der hat mich gerade hart getroffen mann ich hatte noch Panzerung mann hitte mich schieß doch deine ladung ab mach du nicht wo fährst du denn du bist boah denkst du du wärst klempner oder was willst du da unten fick dich mann der ist aktiv scherp scherp er ist einfach er ist einfach zu hart wo ist das ab du meine fucking vagina das steht einfach über uns wie komm ich denn da hoch willst du mich verarschen als wäre da irgendwo ne treppe mann da muss man ne andere feuerwehrstation als scheiße anrufen als scheiße eine minute 30 alter um da wirklich quer durch ganz san andreas zu kurven um da hoch zu kommen you fucking kidding alter mitten auf dem highway auch noch als geisterfahrer und ich werd hier geroad raged are you fucking russisch oder was get the fuck gar nicht sind hier nicht auf youtube shit mann meine ganzen Asolanten wandern wieder über den highway und lassen sich nicht bespritzen von mir goddammit oma wir haben doch keine missionen mehr übrig shit ich muss ja löschen mann schießen die auf mich näher oder ich kann kein fahndungserwerb ich bin die fucking feuerwehr deine mutter brennt ey das kann nicht sein das war level fucking 12 alter das war level das war level fucking das kann einfach nicht sein das kann einfach irgendwas zum totschlagen will ich jetzt hä ich dachte warte mal bist du das ja 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 ich will ein paar neue moves lernen let's get the this cowgirl rocking fuck bist du ein großer falter shit ich muss das Fenster nicht zum ja warum geht nix hä hä oh mein gott was ist denn schon wieder kaputt hier z ist ja man man bist du peinlich fuck weil es wieder amerikanische Tastatur ist du musst y drücken y y geht nicht wo ist denn ja man wieso wieso will der mich nicht trainieren was was habe ich ihm getan man mach doch achso ich soll mir ein paar muskeln zulegen deine mutter soll sich ein paar arschmuskeln zulegen die fucking knödel mach du fotze man jetzt soll ich auch noch trainieren man warte mal wir haben doch alter ich bin fast bei der hälfte mit den muskeln ja mach es what the fuck jetzt sei mal ah strg und shift vergiss es man das krieg ich niemals hoch das krieg ich nicht gesteppt ne 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 wir brauchen wir es auch nicht wieso schlag ihn doch nein was der boxt mich hier tot man warte boxt ihn doch er trifft ihn nicht ich habe ich habe tausendmal die linke maustaste benutzt zähl mir doch nix man er zähl mir doch nix ich muss ihn bloß tot prügeln oder dann lass einfach die 3er kompo machen er zieht schon eh nicht drauf man 1 2 3 aber wie viel hält denn der aus man deine fucking mutter hält so viel auf willst du mich verarschen man aus was besteht denn der aus marshmallows oder was der ist immer noch grün der ist immer noch grün der ist immer noch grün äh das fotzt er mich wieder ne ne wirklich nicht wirklich nicht das glaube ich ihm nicht das glaube ich ihm nicht das glaube ich ihm nicht wie soll man den besiegen es geht man i don't care einfach in einer ecke kaputt schlagen just ja fahr doch zu dann hallo wie 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 weh 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 what is happening gib mir das auto man weh 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 das ich kann nicht aussteigen ich kann nicht mal die maus bewegen ich kann nichts machen mit der maus es geht nix mehr es ist einfach komplett komplett ich schau schon mal wie kann ich ihn blocken what the fuck der fotzt mich ins fucking in die fucking regentone fotzt er mich rein ich hab keine chance was was ist denn das für ein dude schon wieder hier das war nicht schlecht vorher beide mit einem rutsch jetzt habe ich bloß einen erwischt egal wir nehmen schnell den revolver bevor die ganzen die rollerfahrer sind schon wieder da ja natürlich darf sie mich über den haufen brettern oh god schnell die knallen mich so schnell ab das auto brennt oh nein er ist hinter mir oh my fucking god das ist nicht zu schaffen das ist nicht zu schaffen ach so der ist wieder auf seinem truck ey ja die heizianer auf einmal WTF man was habe ich euch getan es ist unglaublich man ich glaube aber nicht man konntest du bitte die kiste verlieren what the nein no fucking way es funktioniert einfach nicht ich sollte wirklich rein spontan stream ich muss aber erstmal die dudes hier mit ihren kisten erleichtern Achtung Achtung ok wir sterben ok wir sind tot 9 hp ist genügend wir gehen außen rum wir schauen uns die Stadt an ist eine schöne Stadt auf jeden Fall ähm oh moin die waren ein bisschen schneller muss man da schon ich hab oh my god ich hab keine Waffen zum schießen was soll ich die Autos jetzt totboxen oder was ist die Idee des Tages wie sind wir hier gelandet hä wieso habe ich denn keine Waffen mehr ich hab nicht geladen oder warum sagt denn von euch niemand was ich kann mit der Songliste der Kai kann ich jetzt nicht mehr erinnern man ich glaub nicht mal dass ich den Arschlöchern dahinter herkomme ach wo sind die schon wieder sie sind bis zum Flughafen gefahren oder was oh no wir haben wieder den fucking Golfpack wo man wieder 50 Stunden lang durch die Pampa läuft und wieder ein Steve Irving auf dem Golfplatz von Miami Beach macht und wieder irgendwelche Regenwürmer anschaut anstatt dass man die Mission macht ich komm nicht mal den Hügel hoch hier ey das ist 100 pro wieder der Bug man 100 pro können wir diese Maussteuerung ich werd dir verrückt 100 pro geh ich da rein man das sind einfach keine keine Gegner so dann nehmen wir den noch mit warte mal was mein Auto brennt schon knall ihn an nein shit 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 ok ne alles gut aber trotzdem NEIN aber wieso ist der wieso bin ich so schnell tot auf einmal wir müssen schnell sein wir müssen einfach bloß schnell sein man oh das wird nix oh das wird nix das sind viel zu viele warte 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 schnell ok schnell move it move it er steht da er steht einfach wie oh Tommy ist auf jeden Fall ne schöne Sache ich lauf jetzt da rein man was schießt denn jetzt auf mich bis ich mich umgedreht hab in der Zeit hab ich so viel HP verloren NEIN sind die hinter mir her ich seh doch nix bis jetzt shit man der ist hinter mir her bis ich mich umgedreht hab ach das ist ein fucking witz man was ist denn das für ein Song Request what oh jetzt bin ich grad einfach nur noch überfordert man god damnit man schnell weg von was ich seh doch nix ok alles gut schnell weg hoch 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 nein ey ey what the fuck wie konnten die so schnell vom Moped absteigen alter willst du mich verarschen man die sind schon vom Moped abgestiegen hatten die Waffen schon heraußen da hab ich meinen rechten Fuß noch nie mal von der Kupplung genommen meine linken abfick dich man das haben wir woher habe ich die zwei Fahndungssterne deine Mutter alter ich töte ja Waffenschieber eigentlich sollte ich einen Orden vom Bürgermeister kriegen wo ist mein Auto hin ok wir müssen noch alle töten und mein Auto ist weg die Bullen suchen mich es schießt alles und jeder auf mich nein nein heute nicht meine Freunde heute nicht das könnte ok das kannst du nicht ach das kannst du das kannst du dir in die Haare schmieren verstehst du mich das geht nicht das geht nicht das geht nicht